nix okay gut zu wissen und wir könnten jetzt den rex hier platt machen und hätten dann den seine sachen noch ich nehme dann jetzt mal obwohl eigentlich müsste ich mit tante hilde fliegen weil ich ja die level brauche warte mal ich habe eine idee ich glaube ich weiß wie wir an unsere kristalle rankommen wo bist du jetzt gerade das probiere ich jetzt aus wo bist du bei dieser geradeten hütte ja super ja wie soll ich dir das erklären am strand wenn du runter fliegt von uns gerade runter und dann links am strand lang ja 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 da da du kannst es nicht kaputt machen die sind aber die scheinen sich hier ausgelockt zu haben weil die sind nicht tot sondern die sind ja die leute haben sich gekillt ja das nach dem kommen nach dem nach dem kill wahrscheinlich die wieder nackt ja aber nach dem kill sind sie wahrscheinlich hergekommen und haben sich hier wieder ausgelockt wenn ich die jetzt kille ich fleisch noch ja ich brauche gerade fleisch sehr gute idee eigentlich hast du ein bisschen fleisch da rohes fleisch ja ich brauche nur ein bisschen was für meine tante hilde weil der hat hunger moin kev das reicht was passiert wohl wenn man den dino ohnmächtig schießt dann lass uns das doch bei den raptoren ausprobieren das passiert wir haben es rausgefunden die killen gerade noch dein piech ja kann ich pfeifen v oder irgendwas y keine ahnung v war es nicht y auch nicht wieso kann ich auf unseren betten nicht respawn ach so weil ich 30 sekunden warten muss ja dann ist jetzt mein vieh auch hin supi kannst du zugucken dass die tasche da nicht despawnt ich kann meine tasche einfach nehmen gut super mein vieh tot weiß ich nicht ich habe alles von dir dein vieh ist tot ja kannst du kurz zur hütte zurückkommen und mir das geben mein zeug ich kann nicht fliegen ach so ja ich hole aber jetzt noch deinen rucksack ich denke du hast mein zeug schon ja also dein von deinem vieh ja das ist scheiß egal ich brauche meinen rucksack den habe ich tante hilde lebt noch nice bin auf dem weg bin gleich da du musst dir aber rufen die ist überm wasser hat sich da in sicherheit gebracht ja besser ist es wo bist du hier hinten ich komme gerade aus dem wasser da hinten siehst du schon ja so warte so dein ganzes zeug na drauf ob 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 ich hoffe das sind meine reife meine reife bullets dein Fleisch, ne, du hattest normales Fleisch ne Fackel hab ich jetzt hier noch, keine Ahnung und deine ganzen Zitrinenklamotten, die sind aber alle im Arsch du warst gerade beim Schreiben dass die Dinos mich angreifen ok ja schade, man hätte vielleicht auch warten können, bis unser Chat uns das sagt gut hast du mal den Shortcut dafür, mein Vieh zu rufen weil ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so funktioniert obwohl doch Digga, bist du in Sicherheit? nein wie ruft man sein Vieh nochmal? ja, ich hoffe, dass es mit Whistle Follow ist jetzt wart job super, jetzt hängt mein Vieh da oben fest so, jetzt muss ich erstmal gucken Whistle all neutral Tee Tee follow me Tee, Tee, Tee Odor oh, Tee okay doch ich hab mal ich bin auch drauf und in sicherheit der fliege zu deinem hin und sag ihm einfach er soll mir folgen auch gut so wenn er jetzt hier nicht wie bescheuert rumfliegen würde ja ja hier jetzt kannst du doch beeil dich bitte ja ich kann nicht du bist witzig weiß nicht was du immer für für aktionen macht es ging halt einfach nicht hier ist jetzt reparieren oder ja muss ich ja wohl und dann lass mal losfliegen nach so einem großen ist krass wie schnell ich der t-rex weggemacht hat oder waren es die raptoren raptoren und hier sind alle drei auf mich aufgeprügelt ja aber ich habe eigentlich gedacht dass 250 prozent rüstung ein bisschen mehr bringt ja anscheinend nicht bei denen so und wenn ich dich jetzt stopp haben will weißt du was ich jetzt mache ich klicke mir jetzt das auf die namen tasten die sind nämlich noch nicht belegt also so auf ihn lege ich sieben fange ich anderen per 7 bis der damit kannst du nämlich angriffspiel geben das t lasse ich und dann den dass er alle auf neutral gehen sollen und das habe ich alle auf neutral gestellt ja so repariert sind die dinge passt so also ich habe jetzt 21 narco pfeile mit also alle sollen stehen bleiben ich habe 32 also das muss ja wohl reichen so wollen wir ja fliegst du vor oder was warum warum ich nein flieg ich hoffe ich habe gewaltig mehr ausdauer als du deswegen eigentlich ich vorfliegen schwachsinn aber ok so 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 geht bei dir noch na ja noch hälfte bin ich jetzt wie kann ich ihn das sehen wenn ich auf dem vieh drauf sitze du hast doch oben die anzeige von ihm auch ja da steht aber keine sache danke insgesamt 612 hat er also hast du doch schon mehr als hier hast du jetzt gerade so viel da rein geskillt oder was ja also nicht gerade sondern